da sind wir wieder bei einer neuen folge astria ascending ich habe mich bis hierhin wieder vorgecampt das einzige was ich jetzt sagen kann ich habe einmal die sümpfe noch mal neu gemacht also komplett neu gelevelt besser so gesagt und soviel ist gar nicht dazugekommen außer dass wir ein paar fähigkeitspunkte dazu gekriegt haben und ein level aufgestiegen sind doch noch eine sache habe ich noch vergessen und zwar habe ich jetzt alle charaktere mit das bestmögliche was ich gerade zur verfügung habe ausgerüstet das war ein bisschen zeitaufwahl hat ein bisschen zeit gedauert aber es ist auch ein blödes wort aber für ein bisschen gedauert das alles zu level so nicht wollte jetzt ganz gerne die fähigkeiten noch zusammen mit euch benutzen ja wie gehen wir denn am besten vor es benötigt irgendwie orbs wir haben gar nicht mal so viele orbs besser jetzt da wir nicht so viele fähigkeitspunkte haben besser die mal so nutzen ach komm den nehmen wir noch mal mit mp besser mal so nutzen dass wir ein paar fähigkeiten freischalten weil er hat ja auch noch so viel eis ohr nix an allen zielen ja dafür dass wir immer so viele gegner haben bin ich mal dafür ich glaube mal so die punkte zu setzen dass ich einmal mal hier hoch gehen lassen wir erst mal sein den auch sind nämlich diese sachen hier wichtig wichtiger erde eis und wasser ich glaube wir nehmen mal wasser dass wir mal mehr schaden an dass wir mal mehr schaden an also an eins in 10 ach ich bin noch gar nicht durch dass wir mehr wasser schaden ein einzelnes mehr ziele machen mein gott jetzt habe ich es aber auch stehlen und überfall haben garantiert erfolg geil oh 150 das stauf spar ich so was haben wir hier überträgt die kosso bereich leiste auf einen verbündeten überträgt die aktuelle mp auf einen verbündeten mh das finde ich nicht schlecht ähm die anzahl der verfügbaren hilfsslots ah zu wenig punkte ok lassen wir das erstmal was haben wir denn mit ihr schönes äh umbra klinge den holen wir mal den holen wir auf oh ah und das war's schon mit den punkten das haben wir hier noch mit ihm allen ziehen wir her das finde ich gar nicht mehr so schlecht so ein massenheal ähm den holen wir noch da wird das aber tp werden dass wir nämlich an den gang können dann kann er nämlich auch wieder beleben so dann haben wir noch ihn ach den kann ich jetzt gar nicht holen weil ich den nicht freigeschaltet habe richtig echt jetzt ah ne der kostet zu viel den bewahren wir jetzt aber noch auf ach ich hab doch ich hab doch sie noch vergessen ähm kennt die schwäche des ziels verursacht mittelbewusst neutral schaden oder haben wir hier unten stören chance einzelne fehlt zu stören ok hm ich guck gerade wie ist überhaupt der weg wie kommt man denn dahin gesperrt gesperrt hm führerte kostet bereich leiste mp kosten oh das ist gut oh halt für den spar ich ja für den spar ich so ich hab mich bis jetzt hierhin weiter gekämpft wo dieser gegenstand da war den wir zurückbringen müssten aber was wollen wir noch nicht denn wir kämpfen und zwar erstmal weiter vor ja dankeschön dass wir uns ja den habt ihr glaube ich noch gar nicht gesehen habe ich jetzt ab und zu mal wieder gesehen der halt unser mp und ich werde es jetzt so machen dass ich jetzt versuche oder er bringt uns auch zum fliehen ähm der heilt uns einfach nur oh bringt so ne massen an gegner wieder moment wir machen das mal anders ähm er kriegt nen äther naja mal gucken ob das ein bisschen was gebracht hat dass ich jeden ausgerüstet habe weil bis dahin wo ich mich hier durchgekämpft habe habe ich jetzt keine so große gruppe gesehen aber irgendwie ist er alte gerade als ziel na komm bitte nicht na komm bitte nicht hu okay ähm er kriegt mal nen trank plus ähm ja den mach ich mal und jetzt setzen wir nicht feuer ein ja wir setzen um die blitz ein hui das hat ja gerade eben geklappt hätte ich mir auch nicht zu sparen können aber es hätte auch ein angriff verfehlen können wenn ich ehrlich bin ja genau bis hierhin haben wir uns vorgekämpft ähm danach hat es ja leider nicht mehr geklappt wenn das war das schon die komischen schweine ach Mist ja mit dem adem setzt jetzt drei runden aus ok gut ist verlangsam glaube ich ja weil er ist einfach nur betreut ok ach schade ich habe das jetzt erstmal nicht mehr ein bevor ich halt diese Fähigkeit habe dass das stehlen 100% nicht klappt ich würde mich jetzt nur interessieren wie viel sind das nochmal 150 alles klar wie ist denn die karte ok da ist ein eingang und da ist ein eingang ich weiß jetzt natürlich nicht welcher Weg der richtige ist ok wir schauen uns aber trotzdem erstmal auf die andere Seite um ok auch gut ich kann mich gar nicht auf die andere Seite umsehen habe ich jetzt festgestellt ich komme da gar nicht hoch so hoch die kann zwar gut springen aber nicht so hoch ach komm mal schön da habe ich nämlich jetzt auch mal eine Idee was ich einmal machen werde und zwar gehen wir mal an die Stadt zurück und zwar zum Marktplatz ne ne nein falsch ähm ich wollte nicht da hin na komm gehen wir zum Marktplatz ok ich muss dann hier einmal zurück dann müssen wir mit den beiden reden weise Ofer und die Höllenhunde werden uns für das erste keine Bill mehr machen einer von ihnen trug diesen Rahm Reif zumindest das was davon übrig ist vielleicht gehört es irgendjemand aus Harmonia aber das ist danke wegen der Dissonanz Olan ich habe für das erste keine weitere Aufgabe für euch ihr könnt gehen er sieht mitgenommen aus obwohl etwas passiert ist hm so was hat sie Alessia es ist schön euch wieder zu sehen konntet ihr das Buch finden oh bei Juno was für ein Schlamassel die Mikmi Boote wurde vermutlich unterwegs angegriffen das ist schrecklich der arme Boote ich habe immer noch viel Arbeit vor mir wenn die Erwartungen erfüllen und andere in Gefahr bringen will geht mit euch selbst nicht zu hart ins Gericht ich weiß ich weiß wie dem was sei danke dass ihr es gefunden habt das Wissen das sich darin befindet solltet euch auch weiterhelfen kommt wieder zu mir falls ihr neue Fähigkeiten erlernt habt bis dahin an der Arbeit hä ok auf jeden Fall haben sie jetzt nichts mehr zu sagen eine Sache frage ich mich aber ach die hat auch eine neue Aufgabe Tempel der Fische ha Rattenkönig Spielstein einfach mal annehmen erstmal einfach mal annehmen erstmal ich dachte zwar nicht dass ich mich mit dem anlegen kann aber also jetzt zumindest noch nicht einmal zur Weltkarte und dann wieder dorthin ich hoffe ich habe den jetzt angegriffen ich hoffe ich habe den jetzt angegriffen boah ich glaube wir machen mal so ich mache auch mal Death ok dann machen wir jetzt mal Welle und hier machen wir jetzt Blitz ach schön warum kann das nicht immer so gut klappen ok ah ich habe da angegriffen ok noch mal oh jetzt dauert das erstmal wieder Ja, warte noch ab, ihr blöden Viecher. Äh, Schleffen. Welle benutzen und Omni, nix. Boah, diese Fähigkeit ist so gut. Die lohnt sich hier richtig. Ah, 122. Ach, ich wollte hier auch, hier wollte ich kommen. Okay, sonst war ich jetzt aber hier auch nichts mehr, ne? Zwei Eingänge? Ach, das ist halt die falsche Karte. Ach, da geht's weiter zum Turm, okay. Wer bist du denn? Sieht euch, da ist es zu gefährlich. Ich kann euch nicht durchlassen, okay. Ist doch wieder sowas. Ich möchte dich nicht durchführen. Ha! Wenn das so ist, dann ist das so, was soll ich denn tun? Ich habe das Gefühl, dass ich das so verabschiedet habe. Wenn ich das so verabschiedet habe, dann bin ich mit den Noizu-Domo die gleiche Beziehung. Das ist auch die gleiche Sache! Los geht's! Das ist ja richtig auf Krawallgeböße. Boah, die wachen. Ähm. Okay. Ich sollte mich erst mal auf einen konzentrieren. Okay, der hintere heilt. Na toll. Wenn die jetzt nicht feueranfällig sind... Neutralisiert, ist klar. Fehlschlag. Okay. Fehlschlag. Okay. Hm. Okay. Der muss als erstes vorgehen. Okay, der hat es stumm gemacht. Ähm. Das ist ja eine wiese Fähigkeit. Ähm. Da belebe ich ihn mal lieber wieder. Ach, du wiese Sau. Hör auf dich zu heilen. Was ist das? Ähm. Was ist das? Äh. So, wenn 100% nicht reicht. Geht doch. Meine Güte. Äh. Wir benutzen... Kann ich ja gar nicht. Aber... Was wir benutzen können, ist einmal... Ihn austauschen mit ihm. Ja. Das halte ich für eine kluge Wahl. Um die Eile. Ach Gott. So. Dann erstmal beleben. Gucken ob das viel Schaden macht. Ah doch. Echt jetzt? Hm. So. Der ist als Augengeschichte. Die beleben wir mal wieder. Ah komm. Einfach nochmal ganz normal. Boah. Ich muss erstmal gucken, dass ich mal die Gruppe hochgeheilt kriege jetzt. Ja. Macht ihr euch mal Eile. Ist okay. Ja. Macht ihr euch mal Eile. Ah super. Nichts wichtiges. Okay. Okay. Mal... Heilen. Wir werden ja nicht zulassen, dass hier einer von denen stirbt. Wow. Okay. Okay. Aber es sieht glatt so aus... Nee. Ähm. Konzentration. Auch mal Konzentration. Okay. Sieht eh stumm. So. Jetzt können wir uns ganz schön in Ruhe um den einzelnen kümmern. Oh. Ähm. Säubern? Ah komm. Ah komm. Ah. Das haben wir doch auch geschafft. Ah. 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 Ah du's, nicht gleich bist du? Ah, das ist auch stark. Ähm. Wirklich understanding. Ah, das habe ich Adding. Oh. Kannst du nochποflächelangetour finden. Um. Die sind doch immer. eteere Stunde während des Todes, oder was wir sagen? Ugm. Ich glaube, ich gehe mal zum Turm. Achso, ne, da darf ich noch nicht hin. Ähm, okay, ihr seid voll. Ah, vielleicht kriegen wir einen Spielstein wieder. Ah, schade leider nicht. Oh, die Wölfe müssen weg. Ob das Rollen kann, Fehlschlagen, Fehlschlagen. Okay. Äh. Äh. So, bevor noch hier weitere Wörter geschworen werden. Du noch weg. Ja, so angreifen. Oh, Mann. Ich frage mich jetzt gerade, ob es der Turm ist. Ähm, das war jetzt... Ach, ich bin in den Falschen gegangen. Achso, ist das der Punkt, wo ich jetzt gar nicht weitergraf? Ne, hier ist er. Auch nicht schlecht. So, den nehmen wir mit. Ja, ja. So, du beschwörst keine Wölfe. Erstmal die leichten Gegner. So, ich brauche gleich mal ein Spielstein, wo. Der leider nicht draus geworden ist. Aber gut. So, jetzt dürfen wir hier am Turm sein. Okay. Das verstehe ich nicht. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin? Quest. Äh. Ne, eigentlich wollte ich zum Hauptquest. Was ist denn der Turm? Äh? Okay. Ich bin live. Eingang nach Harmonia. Okay. Das wusste ich gar nicht. Hm. Interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm. Ach, immer noch. Ne, warte mal. Moment. Wie viel braucht der denn noch mal? 150? Ja, 150. Okay, wie viel hast du? Du hattest 139. Alles klar. Der hat den letzten Gegner jetzt noch mitgenommen. Ich werde mal die Spanke schon wieder終わraßen. Ich bin mein Spanke. Das was? Ich will jetzt mal was anderes aus. Na, sind alle durch. Ah, sie kann sich jetzt leider nicht mehr konzentrieren. Okay. Ähm, da haben wir mal Death. Ich wollte jetzt nämlich mal gucken. Ah, schade. Aber die dürften jetzt alle nicht mehr viel haben. Hm, ärgerlich. Wer hätte denn am wenigsten? Dann setzen wir doch mal einfach nur mal so ein kleiner ein. Aber wenn die nicht mehr so viel haben, dann greife ich es lieber nochmal so an. Und es ist okay dafür, ein bisschen Schaden zu kriegen. Aber das ist halt so. Das Schöne ist ja, dass man sich nach dem Kampf ja regeneriert. Oh, schade. Dann darf er nochmal einmal einen Karsten. So. Ach, das war jetzt der Punkt, ne? Ja. Ja. Und den nehmen wir mit. Ah, komm, warum nicht? Und direkt ein neuer da, okay. Boah, ich weiß noch, wie viel Schaden das gemacht hat. Konzentration. Konzentration. Und jetzt. Bälle. Auf 100%. Alle weg. Ha. 5. Okay, wie viel Punkt haben wir jetzt? Yes. Das heißt, wir können ihn erfolgreich... Ich hab fünf Werte-Orbs? Ich hab' ich gar nicht mitgekriegt. In erfolgreich Fähigkeit stehen und Rotüberfall haben garantiert Erfolgschance. Ach, schön. So, egal wann der Cloud, er darf es immer machen. Okay, da laufen wir nicht lang. Mal ausprobieren. Hä? Okay, vielleicht haben die auch einfach nichts. Hab' jetzt aber gewundert. Ach, nö. Ja, okay. Ah, der letzte, weiße. Ah, den will ich jetzt nicht dafür benutzen. Ah. Ne. Falsch. Oh, Mann. Ah, da müssen wir wieder einzelne Ziele angreifen hier. Ah, da müssen wir wieder einzelne Ziele angreifen hier. Ärgerlich. 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 So, dann beleben wir jetzt aber den wieder. Ja, komm, was soll's. Dann geht's. Nö. Dann geht's. Und dann geht's. Ah, dann geht's. Ah, hab' da erfolgreich geschafft. Ob wenn die am schwierigsten sind, trotzdem geben die noch am meisten Fähigkeitspunkte. Ach, ich glaub' wir... Ich verabschiede mich schon mal so langsam von der Folge. Wo geht's denn hier weiter? Auch unten rechts irgendwo. Okay. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!